hallo vielen dank für den schnellen versand und für den guten support die klimmzugstange hängt eine frage habe ich jedoch noch und zwar wie fest muss ich denn die schrauben anziehen die zum beispiel ist durchgedreht und wenn ich die mutter lösen will kommt quasi das gewinnt er wieder mit raus wie fest muss ich sie denn machen und hält das denn da auch ich habe jetzt alle frauben genommen das mauerwerk ist so eine sind so rote ziegel also keine ahnung wie man die nennt vielen dank schon mal bis dann